Herzlich Willkommen YouTube, zurück zu einer neuen Folge Sea of Thieves mit das Toni und mit ITT, ein wunderschönen, ich mach mal eben hier, Toni dem Angler, vielen Dank, er klaut mir jetzt einfach mal einen Fisch, ich wollte ihn gerade reinholen, ähm, Eike, ist das die Entwicklung vor uns, weil die ist ganz nah, ja, ist sie, ja, okay, warte, ich muss mal den Ton einstellen hier, ist sie, Oh, da muss ich mal niesen, ey, hab ich gerade noch stumm, also da müssen wir ran, ja, ja, müssen wir, oder sollten wir, ja, wir haben dann nämlich eine Quest, genau, wir haben eine Quest, äh, question, 1, 2, 3 Schatztruhen sich da, ja, das sind doch dann 3 mehr als sonst wo, haha, sehr schön, ich sehe aber noch keine Schatztruhe, Ich sehe nur ein kaputtes Schiff. Fertig, ja, oder? Ja, nice. Du machst das? Oh, hier ist ein versunkenes Schiff. Ja, nice. Das ist doch geil, oh. Gucken wir mal, was hier abgeht, ne? was geht'n hier ab? Weiß'n noch nicht. Dr-deh-deh-deh Dr-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh Dann hab du fehle gekriegt, Profipirat. So, ich denke mal, das Schiff wird hier nicht weit weiter fahren, oder? Warte mal ops. Hör ich hier, wo denn? So. ich weiß nicht wo muss zack 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 wenn wir dann auf der erde recht ich gehe mal hier rechts knick rein hier ist die zusammenführung da heißt hier oben hier wohl hier glaube ich richtig ich kann hier gar nicht mal bodeln ja auch nicht ist das denn hier welche so weggeschoben alter ich auch hat das kommt in dem vulkan dings das ist natürlich super nice deswegen kann man glaube ich auch nicht weiß nicht diese kann man ja manchmal nicht die ganze seite geschoben irgendwo hier muss es sein er wird hier oben ja baden brauchen wir nicht ne alter was ist denn jetzt los wir sehen wo hier sein normalen jetzt bin ich los in der lobe da hast du ja den den frisch hast du den halt nicht gebraten ja da warst du jetzt beide gegessen oder wie beide hat es heute ich habe zum loch aufgekommen ich habe nicht mal essen dabei ich glaube ich so jetzt mich tot oder wir sind überall morgen ich bin tot ist die maden doch also habe ich nicht diese scheiß dinge ich habe nicht mal geschoben hätte nicht mal was zu essen dabei kurz das gibt es gar nicht blöd karte zu lesen muss wohl ist das die richtige ende ja scheinbar mit dem schiff und das passt ja eigentlich alles hochgang hoch da oben da ist mir war essen mit ich denke kein essen dabei wer denn ja wie ist unser schiff so weit wieder weg das verstehe ich nicht da sehe ich aber einen schatz auf die schiffe nicht jetzt wo du nimmst du die schiffe meine karte ist weg da alter ich flippe aus wieso nimmt er denn den schatz nicht hast du ihn gefunden ich sehe da was auf dem schiff da ist eine truhe auf dem schiff oh gott geschafft nein ich komme mal das schiff ja an so bücher und kein buch und komische dinges holz und das ja noch ein bisschen munition gefunden ok da kann man nicht hoch wie kann man was ist das denn hoch scheiße ja ich habe auch scheiße jump jump das von außen hoch war kann man denn hier gibt es nicht zu essen auf der insel oder was auf dem schiff ist auf jeden fall was zu essen aber wie komme ich denn hier ganz oben jetzt drauf denn noch nicht mal meine leiter muss ich irgendwo hier jumpen aber ich glaube da komme ich nicht zu oh kiste mit holz habe ich ja bei dir kommt auch gerade 50 drin die ist komplett voll ok mit euch so wie komme ich jetzt hoch ich habe die andere ich habe schon eine andere kiste gefunden ja ich komme mir leider nicht hoch kannst du meinen abnehmen gerade schlecht ich versuche gerade oben aufs schiff drauf zu kommen damit ich da die kiste aber wir können ja nicht hochklettern und mit dem mit der harpoon vielleicht wer da sagt mir das ist zu steil es geht ok mit der harpoon ich habe hier oben jetzt ich weiß ja warum das schiff weg war weil hier so viele wellen wahrscheinlich gewesen sind ja diese krasse windströmung da genau 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 warum genau ich habe noch nie eine kiste gefunden wo 50 von 50 irgendwo drin waren reicht nicht da gibt es öfter mal nur wie du die kaufs aber nie gefunden ja da gibt es auch mit anderen sachen mit munition ja klar es ist halt nicht direkt voll war ich glaube wohl ja ich habe zwei kisten hier hinten schon mal nebeneinander gestellt ja was ist hier hier ist eine tür scheinbar aber wie können wir öffnen wie können wir öffnen dieses türgerät hier dieses tügel ja aber wo platzieren weil das ist stein ne 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 was ist jetzt passiert ich war offen jetzt komme ich mit dem chef ich wurde zum schiff drück gesetzt und am ufer okay ich drehe mal das schiff dahin passt das wenn ich jetzt passen das passt ja schon wieder so ein scheiß geysir die sind manchmal hartnervig ich weiß nicht du hast am ufer hast du das raus ganz am außenrand oder zwischen den dingern am looking vorfrieden oder oben ist ja auch noch was da oben bei dir leuchtet auch noch was ja das sind kerzen und eine fackel nur da brauche ich gar nicht aufgelaufen mache ich dann jetzt trotzdem und dann habe ich erstmal bremse als handbremse ist angezogen mann wer war das denn hier schon wieder da habe ich doch die ganze gegraben hast du hier schon schatz ausgebuddelt negativ ich habe auch so dumm gesucht hast du ihn gefunden ich habe keinen keinen schatz gefunden naja ich will hier ein bisschen soll schön stehen hab sie schade geht nicht anders okay top das ist dann glaube ich die letzte letzte schatz die kiste des meisters lege ich hier hin kannst du mit der hauptwune heran holen so jetzt die beschissene für vom steak müssen wir gucken ach das ist auf dem dritten ding ja auf der ersten insel da muss ich ja ne ich muss ein weiter schippern mit dem steak ne ein zurück wieder mit dem steak die so schon hat gebrutzelt in der fahne so warst du steak steak lecker zum essen ja hatte ich samstag erst war natürlich geil ja was gibt es da denn denn meine bauchnabel aber die pfeffersoße dabei die war nix die kiste aschkrautur des seefahrers oh wer knallt denn hier schon wieder schon wieder irgendwer das schiff hier gerammt also der boden hat das schiff gerammt das schiff rammt ja nicht den boden okay so nicht dann noch mal ey lass mich da bitte rüber klettern hier haben wir aber auch schon gebuddelt ja auf dieser höhe ich wurde mal einfach auf der höhe lang kann ich nicht hab sie hab beide kannst mich abholen ja bin dabei guck mal weil wir die mission einfach mitgenommen haben gibt es tausend zum abschluss war das ist schön okay bist du hier wo ist hier an die strand die so schön hat geprägelt in meinem bauch hier hinten siehst mein namen nicht ja ich seh den namen abfahrtbereit kannst mich dann so einsacken ja ich bin eigentlich schon da und kisten und so gibt es hier nicht wa ich glaube keine ahnung hier so zum looten äh ne ich glaube nicht so viel ne coob buddies ansehen erhöht so ist es come on das ist ja nicht so schlecht zwei zusätzliche kisten hier gefunden war ja das ist schon mal top aber ich muss genau zu dir waren weil du da mit zwei kisten stehst ja vielleicht habe ich sogar noch eine dritte gefunden war dem ja ich gebe gerade noch ein bisschen fahren oder so lichtanwirkung hier gewesen ne scheiße so sei ich das eine ding darunter geklettert ich bin nichts runter geklettert nein du auch nichts runter geklettert hier bin ich hier hallo ich sehe es oh nein schön und jetzt mich es kommen nämlich geister oh ich kann nicht weiter nach links zielen oh viel zu hoch alter schön danke ok bitte das reicht ne dann können wir fahrten ab du sagst where we have to go und äh ich fahr da man so dann fahr mal so äh was ist mit dem holz wollen wir die kiste für später behalten oder ne ne brauchen wir nicht wir haben satt und durstig satt und durstig haben wir ja so seefahrten zack nächste nimm es unten eben an ach so ja ich kann nicht so weit weg fahren kannst hier irgendwo bleiben alles klar ich habe wieder eine für devils war nein nein ok ne ist nicht devils war doch ist devils war hast du das gebiet da wahrscheinlich noch aber es ist nicht dieselbe insel ne ne ist nicht dieselbe insel ich habe sie glaube ich sogar schon ja hab sie müssen komplett umdrehen wir waren direkt nebendran ja ok das ist die komplette insel direkt neben uns gewesen nordwesten Richtung nordwesten ok kannst nicht immer so einen Anker turn machen ne das ist dann halten wir voll an so passt oder weit perfekt segeln direkt drauf zu ja das segeln noch voll auf spannung ne nicht ganz ne weiter nach rechts kann ich aber nicht schade doch gegenwind ist so ja muss reichen du musst ein anderes instrument nehmen mir jungen ich weiß ach so wollte ich jetzt gerade machen und gleich gibt es Kriege aber ja ich habe es auch umgekehrt aber ist das nicht eine Truhe Aschraue Truhe des Meisters der Meere aber die klingt ja schon sehr toll schau mal für ein Freund kann man da reingucken ups ne man kann nirgends reingucken aber guck mal Toni da hinten rechts das ganze in der Nähe zu sein scheint ne ist glaube ich noch weiter weg oder da wo dieser grüne rote schleier ist ja ja wollen wir da noch mal hin schiffern ich glaube das ist unter wasser ding dann machen meinst du hm 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 ich gehe abholen 38 Tage auf hoher See äh Toni sorry oh ja warte ich hole die andere Kiste kann nicht dran nein jetzt hast du es weggeschmissen ja habe ich schon leer gemacht achso waren nur 8 Schuss drin ja die anderen Kiste komme ich nicht mehr dran äh scheiß drauf wär nicht so wichtig sag mal sind wir schon vorbei gesegelt ja ernsthaft ja ja vielleicht hat er auf ungerecht auf zu ja aber dann hat er uns die Bälle da wieder weggeschoben ja du musst noch weiter umdrehen ne sieht gut aus wat sieht vor uns ist das ja ok ich dachte noch viel weiter das kleine Ding hier ja ok ich guck schon mal wo der Schatz ist oder wo die Schätze sind direkt im oberen Teil das passt ja perfekt dann schlippern wir direkt drauf zu ja ok das rechte Ding oder? ja ich weiß nicht ich geh schon mal vor ja wir verlassen Eike das war schön mit ihm tschüss er wird uns fehlen aber wir werden eine neue Crew finden ha 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 du assi so dann such du mal ich zieh die Schiffe etwas weiter ran an die Meer ja Ress äh Ende an die heiße Lava die und hoffen dein bauch nabell oh nein direkt am gasier nein ja der nächste mit dem kann und nochmal jupi was hat das kein Schaden ich hab schaden in die Richtung fast tot und den scheiß wer sich oh er verpisst sich äh ja gut hier kannst du mal wegbringen es gut geil move ne doch nicht hier ist kein Geysir mehr jupi hab die andere auch Profipirat du hast 10 jungen verdient ja die hab ich auch vorhin gekriegt wo wir die erste Truhe ausgefahren haben Ah Nice Na ist ok ja alles Top Sehr schön ok ja würde ich auch sagen wir machen wir noch einen drauf oder eigentlich ab da haben wir noch eine hinterher da geht ja noch war es schön ist gelettung richtung oder muss ich muss jetzt mal abstimmen und ich ja komm wir machen noch mal verkaufen das schatz vor und ich habe naja habe ich schon was habe ich gesucht auf der karte ich hier hoch muss ja winzig winzig klein sein ich habe sie gefunden rechts links komplett umdrehen das gleiche in den süden dann klappt das schon wieder nicht mit wind jetzt kriegen wir die spannung und danach ist wieder lasch spannung und lasch ja bis wir nach rechts noch ja ja sie sind perfekt passt so kannst du lassen genau geradeaus drauf zu war ja ich wollte es genau dann sehen weißt du ja 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 von oben ohne fernglas siehst du den namen auch fast nicht versägen bringt ja doch eigentlich schon und ich habe brille nicht mal auf ich gehe mal nach oben so immer gucken was ist so abgeht dürfen schon wieder noch rechts weg laden sich überall steine eine hat gicht der andere nicht ist das das ist das ding vor uns das muss ja die sein das muss safe muss die schon sein ja safe ist sie dass sie das auf der karte ist ja auch ist ich kann sogar von oben auf die karte gucken muss jetzt zwar nicht alles aber ich sehe wie eng das ist kann die karte springen hat okay ich gehe wieder vor laden sich ja ich glaube ich denke ich glaube ich komme runter ja sagt die bohne ob es mich ganz unten toni tschüss bis gleich komme gleich toni schießt mich ich nehme auf die insel die sollte ein bisschen nach rechts nach links schuldigung muss jemand scheiden nach links drehen volks gab vollgas tschüss mehr geht nicht echt nicht ich sehe gerade mal den anfang der insel so tschüss hau rein hau die knappen bis später peter wäre ich hingefahren wäre schon längst da seit dessen muss ich jetzt stehen bleiben oh du hast besuch auf die insel aber was war das denn ja du hast besuch wer denn der gibt ja richtig gas er gibt gas oh mein was hält der aus weiß nicht so ein schoss auf jeden fall noch mehr hey hier ist ein boss hilfe wenn ich hätte vorher essen sollen manchmal ist es auch der ist der hat gegessen ich bin gestern ich bin tot ich lebe noch ich habe einen briefe aufgehoben der noch fallen lassen hat ich habe einen ich bin dort ich habe keinen kleinen stück was ich kann er nicht graben jetzt du hast ihn hier oben schon ich habe hartkoppel er oben heute schon ich habe noch 찾아 oh das x ist weg du bist bald da kann ich nichts für dann verschwindet das einfach so ich habe gesucht oh gott ich schieße immer voll daneben und ich habe keine muni mehr doppelt geysir läuft wieder geysir okay weiter ist mehr auf das essen weiter ich bin noch gar nicht eingelaufen es sei die vierteile auch hier habe ihn oder war der satz es war eine kiste verkauft die lagerkiste verkauft ich habe nichts verkauft das war knapp ich habe nichts mehr zu essen der lagerkiste gefunden ich muss mal essen holen ob die kiste ich brauche mal essen oh das ist holzfass was machen denn die maden ein bisschen essen und übelkeit okay übelkeit hätte ich mir denken können weg damit auch steht genauso dass ich nicht rankomme ich habe noch langsamer du stück stück skelett sie ist mich ran oder uns geht noch nicht wenn er zu stehen ich weiß nicht meinst reicht nicht aber warte eine können wir doch oder ich will noch eben diese kisten hier gucken was hier drin ist auch kettenschuss und vier normale holz brauchen wir nicht das annehmen ja ich komme oh mein gott so jetzt ist angenommen aber ich habe da jetzt zwei schätze schatz dinger kannst du die abhune lösen nebel kann man gucken wir hier so das ist ich soll los und vor so hoch vielleicht hat unten gleich noch reparieren ich habe die insel gefunden wieder noch weiter richtung süden also wieder umdrehen ja ok ich drehe um was soll ich reparieren weiß nicht ist unten irgendwas passiert nö gar nix leichten knatsch habe ich gehört nö ist alles tipptopp also komplett richtung süden oder ja ok nö unten ist alles heile sehr schön und die schatztruhen die sollten wir schnell finden die sind auf dem schmalen sandgang na ok wo ist die insel ich sehe die nicht auf der karte ja so ist auch gott jetzt bin ich auch viel zu weit rechts weiter links weiter links ja ich habe gerade geguckt aus miesen oh das musste ich heute bei der arbeit schon fast auch hier ich schließe mich dann wieder auf die insel war ja ok also 1,2,3,4,5,6,7,8,9 kisten und 1 totenschill bis jetzt ist schon gut aber noch nicht viel ich glaube das macht nicht so viel das sind vielleicht 10.000 sind das vielleicht ich weiß nicht wir brauchen ein bisschen mehr denke ich mal ich glaube die kiste des meisters bringt ein bisschen mehr weiß ich gar nicht aber ich weiß dass die anderen kisten halt nichts bringen so richtig diese proviantendinger die sind nicht so teuer glaube ich ach scheiße wir wollten ja zu diesem schleier fahren jetzt komplett egal der ist komplett hinter uns ja dann ist egal so ist es volle fahrt hier na wo geht das bei dir auf nee bei mir ruft nichts fahren wir nach rechts wir werden nach rechts gedrückt oder auch ja das lenker steht ein bisschen schief ja ein bisschen nach links ist das lenker kaputt nee ein mast sieht aber kaputt aus ist ein mast kaputt? kann sein wir wollen mal ein holz rangehen wir wollen mal mit einem holz raus mit hier so einem riss aber ist nicht kaputt ja das ist natürlich ein problem wenn das schiff ja so ramponiert aussieht ja das sagt man fahren gut oh dann ist das die insel vor uns toni ja lenkt mal ordentlich nach rechts ok ja äh nach links nach links entschuldigung ok reiner ja vielleicht hatte falschen glaubt mir wenn ich kann ja kannst echt glaube ich weiß nicht du siehst du das nicht ne ich guck in den himmel dann schieße ich jetzt ja ja schieß weiß nicht alter wo fiege ich denn hin das falsche insel oh 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 ich bin am arsch ich weiß gar nicht was die insel ist noch weiter rechts die jetzt rechts von uns ich weiß nicht welche das von den beiden ist so nah aus aber so weit können wir gar nicht schießen ne 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 kundenrader aus 321 vor uns das kleine ding aber schon wieder nicht volle fahrt hier brauchen hackengas der toni links schätze noch was angehalten sogar zwei schatzkisten ja warte ich komme mit lagerkiste er zieh ran und ich plünder mit lagerkiste was ist das denn das kann ich nicht flaschenpost und hol raus kann ich nicht gehe ich ab ok und fass warten warten ok ist leer ist leer ist leer was war das explosionsfass die müssen nach unten mehr ist da nicht ok top äh ein bisschen wir haben essen und eine bombe kanonenkugel habe ich auch noch rausgeholt neun stück ne acht ok da können wir nichts mehr lagern hier können wir was lagern und hier können wir was lagern war da scheiße bei also diese nicht scheiße sondern ok war nicht dabei naden war da auch nicht bei ok ähm anker und weiter das ist die insel ja wo ist sie wo ist sie oh suche danach am schreien des blinden vertrauens im meer der atem der meere ruft aus den tiefen heraus und tschüss ich sehe mich schon wieder in der kanone und ich warum alter ich bin acht kilometer vorm ziel weg aber was sie sehen meine augen denn da unten wahrscheinlich land ne im wasser unten ok was ist denn das das glitzert die sau ja das frage ich mich auch gerade das ist ein gegner ganz unten im wasser ne hier vorne ist ein gegner ne hier unten im wasser jetzt ist das glitzern weg ich habe eine truhe im wasser gefunden nein alter gut dass ich drüber hin weggeschossen bin zusatztruhe mir jung nice ich habe keine muni stell dich hier hin ich mache gerade den boss ich habe hier schon zwei kisten ja boah diese wellen suche danach am schreien des blinden vertrauens im meer nach sechs sieben schuss acht schuss neun schüsse zehn er ist tot ich muss trotzdem munition haben nächste kiste ich habe hier drei sachen geloot ich glaube ich habe hier auch schon zwei kisten die dritte habe ich auch jetzt gefunden habe ich da dran kann das schiff da hinziehen vielleicht nochmal einmal aber das mir egal das schiff siehst du da hinten wo es glitzert ja ich sag mal das ist ein alter helikopter gegenüber vollgas hier noch eine liegt da warte die hier auch ja dort eine haben wir vergessen kannst du die andere karte mal durchgucken ähm warte die rechte die wir neu haben durch die flaschen boss also das eine x meinst du jetzt hä ne achso hast du den ok ja habe ich schon gesehen der atem der meere ruft aus den tiefen heraus suche danach am schreien des blinden vertrauens im meer ja ja heißt auch deutsch tja aufs meer hinaus fahren und dann gucken wo es irgendwo so so ein schleier gibt ok das wollte ich nicht kannst du dich mit der harpoon ran ziehen bin doch nicht mal auf dem schiff moment krass jas ähm ich wollte noch immer mal mit der lagerkiste hier vorne hin kannst du mich gleich ran ziehen wenn ich hier gerüstet habe oder war ja nichts drin ne 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 ich hab schon weiter wieso ist hier unten kaputt ne 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 mal gut drin ich weiß nicht was alle die kisten mal weg bringen unterwegs schneller geht nicht oh guck mal eine grüne lieder der kugel friedenskugel und kugel die setzt sogar die kanonen des gegnerischen schiffs außer gefecht wenn du frieden hallo so okay weg bringen wollte ja würde ich auch weg bringen ja dann sag mal gleichzeitig halt auch schau mit dings gegnern ja und schleier welche richtung ist die beste der weg nach hause ist der beste weg okay das ist in welcher richtung ja warte von unten in kein abgabeorten der drehmann nach norden komplett nach norden über uns ist einer ok wenn sie da oder passt es sogar fast mit der doch nicht das segel kriegt welche da können wenn aber doch gleich nach vorne drehen dann passt es du musst es vielleicht sogar passen noch nördlicher oder ja noch ein bisschen weiter nach links hier so leicht und direkt vor uns ist noch ein stück wieder vorne ja alles gut aber müssen ein bisschen rechts bleiben wegen dem abgabeort das heißt noch mal vögel die im kreis fliegen blut links und von uns ist dann gut irgendwo im wasser naja sich auch gerade aber hin gucken wenn wir gerade eh noch nicht abgegeben haben weil die vögel auch nicht scheuer dahin sagt wenn ich gerade aus kann ja dauert aber wahrscheinlich sehe ich dir selber auch gleich oder da sind da ist dann gut im wasser ist jeder gar nicht meistens was ja trägt unter und oder unter wasser weiß ich nicht normalerweise unter uns ist gar nix warte wir sind direkt runter ich springe mal kurz ins wasser ja ja so sind die hinter uns ja tatsache verschunkene schiff ja ja guck ich habe anker geschmissen ich komme drunter feine habe ich vor dem auch noch nicht gesehen ich komme direkt mit dem totenkopf wieder hoch aber ich könnte auch die kiste mitnehmen wo ist unser schiff auch dahinten oh mein gott bring mal die lootkiste mit versuchte mal die fässer da sonst zu looten oh hier ist ne geile ne mach du mann ich mach den loot loot ich mach auch den loot loot obwohl wir haben genug stuff ja die fässer brauchen wir auch die kiste kommt hoch ich hole die hier raus ja schmeiß die hoch und ich bring die weg ja ich hoffe ich kann auch aber ja ich kann mich ja sonst heilen die kiste ist auch cool die blaue rote hier die sollen vielleicht gleich mal abgeben gehen hier die machen doch komische geräusche krass oh lass mich los hier kommt noch was hoch ja ich habe eine kiste mit makellosen diamanten gefunden ok das ist die nix wert ist der mann weiß ich auch nicht der mann er hat direkt in einer schiffskajüte gefunden sehr schön eine kiste hoch geschickt wurde ja da hinten äh hier ist ein hai ja der ist schon ein paar pfeile drin hat ja ich komme hoch er ist ja eigentlich nicht oder der schiff der kapitänskajüte müsste gucken ja warte ich glaube ich musste noch ein ach hier ist noch was ich hab den hai gekillt ich hab den hai gekillt ich muss aber halt gleich immer ich muss mal hoch wegen wegen luft weil ich muss die ganze Zeit Nahrung essen haja ist gekillt den hai hab ich gekillt ja ok so ich muss mal eben zum schiff wir mal eben was essen von mir aus kannst du nur mal tauchen du musst nur noch ganz unten rein da sind zwei etagen im schiff kannst du am besten so hinterher kommen dann wieder ja ich weiß noch was vier augen sehen besser als zwei ist so lass mich da rein äh gib mir sowas noch immer mal kann ich die kiste looten nein die kann ich nicht looten aber da unten sehe ich ja gar nichts mehr komm ich hin nach unten ach da ok ich hab's spick gesehen ja ich komm rein komm raus nice ah ich häng fest lass mich rein hier lass mich rein ja ich tauch doch schon wieder hoch stell dich so an ja ich tauch doch schon wieder hoch schädel schwimmen jetzt hast du die kiste hoch geschmissen oder ne hab ich weg gebracht hier ist auch noch ein zepter hinten drin ne kannst du so hochschmeißen und ein edelstein ok schaffst du mit sauerstoff leider nicht ja sonst ess dann inzwischen zeit noch das wenn du kannst das äh brauchst du immer nur ganz bisschen snacken wenn du denn was dabei hast ja edelstein schwimmt hoch ja ja aber es wird nicht wirklich schneller also nicht so schlimm so vier brandbomben edelstein den dreizeck hab ich auch das war alles unten hier ist noch ein Hai wo ist denn der edelstein jetzt bin ich hochgeschickt ja ich sehe bloß nichts hier oben hast du das noch im schiff losgelassen ist es dann die decke nee draußen 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 aber wo ich sehe keinen edelstein müsste hier bei mir hier hinten irgendwo liegen ich tauch gleich nochmal runter ja das ist ein sperma los wird jetzt ein Hai wollte es nochmal hoch oder runter warte muss essen ach der edelstein taucht gar nicht aua was war das der Hai ich habe ihn getroffen ich bin am Hai angedockt oder nee nee bist du nicht am schiff ach so auch nicht schlecht lass das mal so ich will mal gucken ob ich dann hier hoch balancieren kann ja ich sehe den edelstein nicht der tut cool ja der ist nicht aufgetaucht der ist liegen geblieben der taucht nicht auf weil es ein Stein ist ja ich glaube nicht schwimmt hier einfach in der Gegend rum ok erwartest du das Seil Seil ist weg ach nee da geht aber geht leider nicht aber ich kann nicht hier nochmal raus schießen alles cool das war es ne ja das war es aber alles denn Attacke alter das liegt aber hier gut voll war da ist einiges und keine billigkisten ne nicht unbedingt so und jetzt wieder nach geradeaus ok da ist die insel vor rechts genau ich habe noch einiges hier guck mal noch gut dass wir da nochmal einen Abstecher gemacht haben ich habe so krankes essen teilweise dabei mega lodern zweimal high schlammbrauner wildfang also ich habe steckt gar nichts bei aber es glaube ich mega lodern müsste das sein ja die muss ich ja alle mal kochen meins ist schon alles gekocht ne wenn das weiß aussieht doch oder nicht ne so ein bisschen bräunlich ansonsten ist das rot das fleisch ich guck gleich heißt das denn nicht sonst gebraten irgendwas hm weiß ich gar nicht bei mir steht gar nichts bei ja das linke ist roh bei dir das recht ist glaube ich durch das rechte das habe ich genauso drauf gelegt ja das ist manches das kriegst du auch fertig schon sicher ne ja tatsache und der fisch hier auch ne äh weiß ich nicht sehr gerade nicht gerade am kudern am lenken guck mal warte kann ich nicht sonst knallt das hier gleich du machst das schon nimm das einfach runter das taucht ja dann auf wenn das äh wenn du das perfekt gebraten hast oder eben nicht nö ich glaube das reicht so nö oh was ist das jetzt das durfte ich wohl nicht ne ne dann habe ich gleich nur gekochtes essen dabei das ist doch schön zwei haie mega lodon und so einen komischen fisch das ist top so ich hole den loot auf und so wie war weg Alter, das ist ein Spiel. Warte. Okay. Ich bin in sechs Dachen. habe ich alles nein mein ding ist schwarz habe ich habe ich alle ja okay oder hast du auch nicht kommen gehabt ach scheiße das muss ja nicht hoch runter damit das ist darunter hallo muss mir das weggenommen jetzt ja ich sage das muss wieder runter 2.500 hast du den hebel hier habe ich ja der hebel wurde wohl irgendwie aktiviert genau die kiste genommen die ich hatte das kann ich hier nicht abgeben was ist denn das für eine kiste ach unsere lagerkiste die ja nicht kommt die weg wieso haben wir der explosionsfässer nicht nach unten gestellt dass wir kritisch geworden bei dem ding ist bei dem spucken im berg da war das war richtig dick asche hier ja ich sehe es das war richtig nice noch nicht durch holi steht da ja richtig gelohnt das hat sich dass wir die kiste genommen die ich haben wollte 7700 hat eine kiste gegeben und noch mal viereinhalb das ist mega geil ich hätte so mit 2000 höchstens pro kiste war je nachdem gerechnet aber 8700 noch mal 8700 alter so war noch nie gemacht das war dicke kohle würde ich sagen so viel haben wir noch nie gemacht das war richtig viel wieso wir haben jetzt zwei lagerkisten du willst wollt ja wir haben eine wahrscheinlich noch eingesammelt ja und dies komplett voll oh ja auch noch schöne munitions und meine aufnahme sagt es gleich feierabend meine auch und ich muss essen ich sage ich würde dann sagen ja leute das war es von unserer seite danke fürs zusehen wir hoffen es hat euch gefallen das gerne ein like da und oder auch ein abo wird uns sehr freuen bis zum nächsten mal haut rein und ciao tschüss